Gut, ich glaube, wir müssen nicht hier rein. Hier kamen wir bisher noch nicht rein. Okay, ich muss nicht hier rein. Ich muss nicht hier rein. Er... Ich heerd ein old gal will run in this place. You all right, Sir? Do I look normal to you, Miss? What's the matter, Sir? You will or something? Don't mind me. It's been a busy morning. What seems to be the problem? Dreams, Sir. Unpleasant ones? It can be. Oh, that isn't good. Don't suppose you happen to remember, Reni? Manche, sie ergibt aber keinen Sinn. Ich sehe ein Schiff. Achso. Sam? They don't make a lot of sense. They have strange things in them. What sort of strange things? Things what fly and make the most terrible racket. Birds, you mean? They're made of metal, they are. With huge wings. Bigger than a man with his arms stretched out. Oh, that does sound peculiar. You know, there are some who say dreams have meaning. How's that, Sir? In that they're a sort of premonition of what's to come. Is that what you think? I know, it's a dicky old world. And there's lots about it we don't understand. But some of the biggest mysteries add a fork in it. Let's see if we can't make up a draft to help you sleep a bit better. Would you mind helping me gather the ingredients, Miss? Name's Mary Kelly, Sir. Well, let's get started then, Mary. Heilmittelherr, oh Gott. Du stellst Arzneien her, indem du dem Kolben Zutaten hinzufügst, okay? Arzneien müssen ausgeglichen sein, um wirksam zu werden. Die Blasen, die im Kolben aufsteigen, zeigen dir, wie ausgeglichen die Lösung ist. Versuch, die aufsteigenden Blasen so nah wie möglich an der Mitte des Kolbens zu halten. Fahr mit der Maus über eine Zutaten, um sie zu untersuchen. Und dann klicke auf eine Zutaten, um sie hinzuzufügen. Hinzugefügte Zutaten beeinflussen die Ausgeglichenheit der Lösung. Die aufsteigenden Blasen verschieben sich und die Farbe der Lösung ändert sich. Wenn die Lösung blau ist und die Blasen rechts der Mitte aufsteigen, ist sie zu basisch. Okay, warte mal mit den Sätzen hier sauer. Fügst du eine Säure hinzu, verschiebt sich das Gleichgewicht nach links. Wenn die Lösung rot ist und die Blasen links der Mitte aufsteigen, ist sie zu sauer. Fügst du eine Base hinzu, verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts. Es gibt noch weitere Zutaten, die sich unterschiedlich auf die Lösung auswirken. Für eine wirksame Arznei brauchst du nicht alle Arten von Zutaten. Eine lila Lösung ist ausgeglichen. Sie ist wirksam, kann aber Nebenwirkungen haben. Eine goldene Lösung ist perfekt ausgeglichen. Ein Apothekermeister könnte es nicht besser. Wenn du dem Rezept folgst, klappt die Sache, aber manchmal erzielt man die besten Ergebnisse, wenn man ein wenig herumprobiert, okay? Okay, und was war das Koko-Wein? Oh. First, we need some Koko-Wein. Very good for calming nerves. Hmm. Hmm. Löser-Erwirkung des Suppressors hat nachgelassen? Oh, my, yes. Oh, my, yes. That'll work a treat. Very well done. Okay. Okay. We have some water, several drums of syrup, and their pièce de résistance, a dash of bruised ginger. This should do the trick, Mary. Oh, thank you, sir. That'll be a shilling. Take free spoonfuls, one hour before bed, and I promise a better night's sleep will be had. Thank you, Mr. Green. Good day to you, Mary. Come back anytime. Should you need anything? Okay, wir haben jetzt, äh... Lila-Lösungen werden den angedachten Zweck mehr als erfüllen. Sollte ich dir eigentlich schon zur Apotheke kommen, oder nicht? Ich sollte doch Kitty finden. Habe ich außerplanmäßig gemacht. Okay, dann muss ich Kitty finden. Dann wahrscheinlich hier in Wittstocks Wonders. Okay. Oder auch nicht. Oh, warte mal. Wir können die Sachen uns angucken. Careful, Mary Jane. That is a genuine Greenwich piece. And a gift from my generous benefactor. Very expensive. It's beautiful, sir. That it is. In the glorious words of Othello. Pride, pomp, and circumstance of glorious war. Try not to touch anything. Göttingen Selkett. Aha. Mit einem Skorpion. Mit ihm können wir immer noch nicht sprechen. Das ist aber seltsam. Brown Bess. A steadfast symbol of our expansive empire. I think I... I saw something. Don't be ridiculous. The poor thing is in pain. I need to polish. That's all. Also, wenn die ihr Dings ist, ja, Merlin. Dann wird's aber interessant. Weißt du, ich konnte was in der Kugel sehen. Das ist eine Kugel gewesen da unten. So, aber hier ist nichts weiter. Ach. Mary! Oh, Mary! Over here! Mary! Ach, sie hat das verkauft. Okay. So, da ist nichts. Wir könnten zur Polizei gehen. Aber sicher. A fine day, ist es? Ach, das ist ein... Whitechapel looks pretty in the light perhaps not that far excuse my asking Sweden I knew what you plan to ask from the look on your face that was a long time ago mind accents pick up on accents I suppose I see it is only fair wheels a long time ago that wasn't all it is a blessing these small things follow us despite being so far from home you seem to have spent a long time here though if you don't mind my saying 20 years or so so desperate to see the country as many were after losing a child in Gothenburg it felt like time for a new beginning I'm sorry I didn't mean to pry that is life is it not yes my apologies I'm often told that it is wrong to wear your heart on your sleeve in London yet I do often a good day to you miss thank you for such kind conversation there is a young girl down the way she sells such sweet oranges my name is Elizabeth stride I'd forgotten to say how silly the city comes out things I apologize I do run away with myself at times I hope you do not think me strange so nice to talk to you good day to you so was mit ihr hier bevor wir dann zu unserer kuppeline kitty gehen nix sagte okay wir gehen zur kuppeline oh morning girl I was hoping to see your ugly mug today you must be able to read my mind this ugly mugs got some work for you you know me I'm up for anything mr. wick you know the curiosity chap needs an extra pair of hands I suggested yours how kind anything for a friend oh you got some lovely flowers today girl you'll be fighting them off don't matter how pretty they are ever since that awful business with mrs. Nichols folks been right turned off they have can't say I blame them seems wrong somehow just carrying on yeah well we ain't much choice have we like everything else then it'll blow over soon enough kitty people don't take long to forget I hope you're right speaking of blowing over is Joe nah mr. Barnett don't forget a storm quickly we still ain't speaking what's got him nap this time many troubles ain't that just the way shame he seemed like a good man yeah still sends me my keep in the post I need to find myself one like that who knows perhaps ruin for a stroke of luck remember mr. wick don't go giving me a bad name stay out of trouble mary come by again if you get the time you know I like your company oh you're a good mary don't let anyone tell you otherwise good day okay then gehen wir jetzt wieder zum kuriositäten dingesbumskabinett ne weil wir einen job haben zum kuriositäten zum kuriositäten pretty posies for pretty ladies fresh off the market guaranteed to last you the week penny a bunch penny a bunch of blooms finest blues in all a white apple so jetzt kann bestimmt die reden jawohl you must be mary jane pleasure to make your acquaintance ready to spread the good word about my fine establishment ready as i'll ever be splendid finish thyself child okay flyer verteilen you want me handing out pamphlets sir why you do not distribute mere pamphlets no my dear you will be as beatrice leading them to paradise who's she when she's at home oh never mind mary jane what i offer here is salvation for too long have the people of white chapel languished in ignorance which i am afraid to say is the cause of much of the wrongdoing we see upon these very streets we have forgotten who we are a nation built by heroes from whom we can trace our best habits and institutions der ist fischi i shall remind them of this fact we shall remind them and i'll be doing all that by just handing out pamphlets now i would not hope to suggest where one might best make a start you are um no doubt more familiar with white chapels environs der typ ist nicht in ordnung mit ziemlicher sicherheit ist der nicht in ordnung so dann gehen wir mal zu den docks oder bis wir zu den docks ich glaub ja ne verteile die handzettel ja they're for an exhibition don't ask you know i can't go but i'll hide it in me top drawer for you thanks for thinking of me mary oder hat das denn da uns don't get your hopes up that you'll get familiar with the lads down here i've enough trouble keeping them occupied as is ich glaube sie kriegt das in falschen Hals ne mit der Ausstellung dass wir da eigentlich jetzt gerade einen Job haben die christ said was crawled up your arse and died so i think was crawled out between your legs yeah it's mr. young to you clear off don't be seen in such bad company you didn't mind my company before you better watch your tongue kelly you hear me you used to have such a gentle way with you said what happened you know what happened Was hat er denn gekriegt? Aber trotzdem hat er eine Liaison mit ihr gehabt, ja? Ah, und wahrscheinlich deswegen, wegen dem Fehltritt, wegen dem Fremdgehen, ist sie apathisch geworden. Freddy, er ist nur klein. Ich versuche es dir, er könnte sich in die Hand befinden. Warum sind Sie noch hier? Schau dich! Du weißt, dass ich nicht mit dir sprechen kann, Mary. Mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann, oder ob ich das wirklich ins Meer werfen soll. Ja? Hier. Du siehst nicht wie die spitze von meiner Tochter. Kommt zurück aus der Grave, um zu hauern diese alte Moke, oder? Bestimmt. Wenn du hier sehen kannst, bist du eine Woche später. Es gibt noch ein paar Lüten zu tun, wenn du mitgebracht hast. Auf geht's dann. Ich lebte hier als ich jung war. Aber ich... Ich glaube, ich bin ein guter Mann geworden. Ich trank, ich kämpfte, ich... Ich glaube, hier ist keine gute Ortschaft, ne, um die Flyer zu verteilen. Ich glaube, wir müssen in den Hund reinrennen. Ach, hier hinten kommt auch durch. Na, Doggy? Okay, wir können jedenfalls wegschieben. So, dann nehmen wir uns die hier noch vor. Vielleicht kriegt die noch einen Flyer. Ich bezweifle es aber. Aber dass wir hier extra so einen Flyer verteilen wegen König Arthus. Der Typ ist seltsam, der von diesem Kuriositäten-Dingens, ne? So, dann gehen wir einmal hier querfeld durch. Vielleicht können wir hier noch irgendwas loswerden. Ein Enya. Interest du in eine Exhibition von King Arthur? Nicht für mich, Miss Kelly. Ich bin nicht stark genug für das. Ich will nicht, wenn mein Paar's interessiert, doch. Oh, bless you, Henry. Hey, was hat dich in so gute Spirits, Master Hopkins? Es ist nichts, Miss Kelly. Honest. Hey, ist die Olde Bird getting better? Hopkins are bred from fine stock, Miss Kelly. Her is doing right as Wayne. That ain't it at all. Would it happen to be that posh girl from up Spitterfields? Agnes is a fine girl, Miss Kelly. I have so little to offer a woman like that. Hey, you've plenty to offer, Henry. What about your Pa's job? Oh, Miss Kelly, I ain't a baker. The old man would have me in heartbeat. But I miss the people, you know. Let some other lad have it. I'm happy to be on the streets, me. And Agnes? Who knows? It's a rummy old world, ain't it? I could be in luck. Sure, I can't be tempting ya. They're still warm. Oh, the weight of a lady's heart is through her stomach, Miss Kelly. You just wait and see. Oh, I'm not the baking type. Just imagine. These dirty old hooks in dough. We lose all custom. Oh. That's the most glorious thing I've ever laid my lamps on, Miss Kelly. Honest. You look starved. Come on now. Not even a bite. Stop back again when my muffins are up, Miss Kelly. We have no money for something. That's all for a Tiktour. That's all for a Tiktour. That's all for a Tiktour. Ah, we're in Ruckelhausen. Warte mal. That's not that. My brethren. We are infected. Where is one now? Come from within the church when they weep for a dead whore. Don't talk about Paulie like that. Okay, quatscht der mich einfach dumm von der Seite an. So wie in den sozialen Medien, ja? Einfach nur so. Hauptsache einen Kommentar ablassen. Oh, haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Müssen wir wieder zurück oder wo geht's jetzt hin? Ja, wir müssen jetzt wieder zurück. Aber das mache ich nicht mehr jetzt. Das mache ich beim nächsten Mal. Ja, es ist ein sehr interessantes Spiel. Wenn gleich halt die Phasen hier, also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch die Dialoggestaltung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch das Mehrfache nachfragen. Was sehr interessant ist, ist aber, dass man das Gefühl hat, wirklich mitten drin zu sein, so wie es halt Ende des 18., kurz vorm 19. Jahrhundert so vielleicht Usus war. Auch die Art und Weise der Sprache und Co. Ich bin gespannt, wie es sich mit Mary entwickeln wird, wie es sich mit diesen Typen hier entwickeln wird, für den wir jetzt gerade arbeiten, hier zu Wit Talks. Weil ich glaube, der ist ein bisschen mehr, als er zu sein scheint. Und, ja. Ist das schon mal gute Nacht? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Firefox.